Und damit meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von, ja, Dragon Ball Fighter Z. Wir sind hier stehen geblieben hier und sollten eigentlich zu Zell rüber. Haben im letzten Part, glaube ich, zwei neue Charaktere rübergeschalten, Tenshinhan, glaube ich, und Yamchou. Und, ja, mal schauen, wenn wir heute noch so frei kriegen und wir haben 20 Züge hier durchzukommen und auch diese Folge des Brandfisch erst heute aufgenommen am 17.02., nur so mal am Rande, wollte ich mal erwähnt haben. Jetzt bin ich am überlegen, wie ich das mache, weil sonst brauche ich ziemlich heftige Extra-Züge. Ich werde zuerst mal hier entgehen, äh, Kampfbeginn. Ja, irgendwie muss ich anfangen und ich hoffe, die 20 Züge reichen. Ja, ich werde jetzt mal hier, was ich sagen. Und diese Frage ist ja, was ich. Was ist das, was ich, das ist, was Sie diese Führung der Karten? Ich habe das, was ich. Ich habe es nicht nur einen schönen Weg, sondern auch einen Hügel. Ich habe das, was ich unter anderem so viel zu tun. Aber ich habe das, was ich, was ich nicht mehr so viel zu tun. Ich habe das, was ich, was mit einem anderen Wettbewerfen. Ich habe das, was ich, was ich mit mir, war. Ich kann nur noch mehr so viel zu tun. Das war's für mich. Ich habe mich für mich, dass ich mich für eine Bedeutung umgekehrt bin. Ich werde mich für einen Bedeutung bringen. Dann komm! Komm her! Köln und Köln tut mir leid mich hat gerade noch mein Onkel angeschrieben weil ich sollte heute noch zu einer Katze gucken gehen die meiner Oma gehört meine Oma hat eine Katze von meinem Stiefvater übernommen wenn man so will meine Mutter ist ja verheiratet das heißt ihr, naja, Mann ist mein Stiefvater schlussendlich, auch wenn ich ihn nicht akzeptiere, aber egal ähm was, du kannst es abhören ach es reicht, ich hab keinen mehr für dich was was ach du meinst das das brauche ich doch nicht, ciao ich brauche keine grundlegende Kurse äh jetzt kommt noch der was tschüss jetzt muss ich mich natürlich wieder einfinden die dir gehts zu gut, ne na nappa jetzt noch Gini oder wie ach Gott das darf ich einfach mal wechseln dein Ernst gerade hä das hat doch getroffen die scheisse haben die viel damage gemacht Beide sind nicht mal auf full life ich frag mich ja wie ich das machen soll ohne senzobodenverstärkung ein kron von kippu der zerstörer der erde ist erschienen hat das feld eines gegners übernommen und absorbiert diesen in sich zu verstärken es sei ein mächtiger gegen aber wenn du ihn besiegt er ist zu tonnenweise erfahrung richtig mit ihm an wenn du glaubst du hast das zeug dazu ich bin level 2 äh 3 oder so der knallt mich in die nächste umlaufbahn nee danke nee 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 oder drog ich da naa maa sa ka俺の苦労までいるなんて teことは reddlibongは俺のこと戦力として見てくれているってことか td カイカちょっと喜んでしまった 最近修行してなかったし気を引き締めないとやばいよな ここで苦労に負けたらシャレにならないし 自分の苦労が相手なら遠慮なく戦えるぜ こいつを通して俺もまだまだやれるってことを証明してやる ビデオは どっち 朝へ投ひしたり そんな子 最後まで独特当の神 Swami の夜 犯айн管 それがどうものまって Oh god とりあえず とりあえず とにあえず verrückt ist das alles nur willst du mich verarschen ich spame jetzt ist mir egal ah verdammt dankeschön nächster bitte jetzt musst du dich beweisen du 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 Ohhhh, das sind Feater moves! He? He? Huh? He? He? One moment, he's special moves. Sorry, die counter'n alle nur. Ja genau. Also nahkampftechnisch bin ich besser, ne? Nein. Ich hab da echt keinen Nerv für. Ich weiß, ich gewinne Pussy mäßig, aber egal. Hauptsache wir gewinnen. Hä, der Entschelmann ist halb tot. Ähm... Na gut, das reicht zum Glück locker. Was ist denn das bitte? Kiefelrate, Machenbu ist jetzt spielbar. Oh! Da bekommt man Machenbu? Oh? Oh. Na gut, das ist alles. Oh! Oh, Kokon! Gronen wieder kamen! Das sollte eine großartige Kampf sein. Es ist alles oder nichts! Ich muss zuerst mit dem, klar, Schiff machen. So, erster ist in die Tonne getreten, mit viel Glück, und dann, im echten hätte Ding nie ne Chance, ne, der gute Yamchu, aber hier. Ah, man kann leicht über den Boden gleiten. Wow, wunderbar. Hi, Goku. Oh, verdammt. Wie countert man überhaupt? Na, da, 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 ich hör dich in die Pfanne, Mann. Hä, was war das, Kaiofen, oder? Was zum Geier war das? Was hab ich aktiviert? Keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall dem Ohr nicht auf die Fresse gegeben. Ich habe nur draufgeklickt, wie ich es bei solchen Spielen immer mache. Okay, hat auf jeden Fall geklappt. Hey, Boo. Huh? Boo, ich weiß, dass ihr uns nicht verstanden habt. Ihr war auf der Erde. Ja, das ist das. Sie haben uns geholfen. Aber ich habe auch nicht so gut geholfen. Ich weiß nicht, was ich. Das ist, dass es eine falsche Angelegenheit ist. Wenn ich es kurz erkläre. Das ist das, was ich? Entschuldigung? Oh! Das ist so... Untertitelung. BR 2018 Er ist in der Mitte... Das ist ein guter Mann, oder? Ja, das ist ein guter Mann! Das ist ein guter Mann! Das ist das? Satan ist ein guter Mann! Ich liebe ein guter Mann! Wenn ein guter Mann ist, wenn du mit deinem Freund... was du? Was? Ist das nicht so? Soll es, Bruma, für die Welt, für die Prüren, was du? Ich? Das ist besser als der Prüren der Party? Natürlich! Deswegen, mit dem, 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 was du? Ist das okay? Das ist ein Prin, oder? Das ist ein Prin der Welt. Oh, Son-kun. Schau dir das später. Knallen jetzt Buran. Ähm. Und verklopfen jetzt Krillin. Jetzt kommt mal Buu dran. Was kann der so? Oh, was für ein Burning-Uppercut. Und das macht er einfach immer wieder. Oh, Gott. Oh, Gott. Was war das bitte? Wie habe ich das denn bitte gemacht? Ich wollte eigentlich gerade mal gucken, ähm, was seine Sonshu-Spezial-Moves sind. In der Luft, ähm, fegender Atem. Oh, Counter. Soll ich dich mal countern? So, jetzt einfach mal drücken. Das war ja easy. Das war ja mehr als easy. Ähm... Jetzt versuche ich es dennoch gegen den Margin. Äh, wird der im Level erhöht? Ja, wird er... Ja, komm, besiegen wir mal. Es ist er alleine. Und wir haben dann noch zwei Auswechslungscharaktere, die uns zur Not helfen können. Ich... Ich glaube, er wird uns zerlegen, aber gut. Ich glaube, er wird uns zerlegen, Und ich... Ich weiß, was sie jetzt nicht so gut. Ich weiß, was ich nicht so gut. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Aber... Ich bin der! Ich bin der! Ich bin der! Ich bin der! Jetzt bin ich gespannt ob wir überhaupt eine Chance haben gegen Level 13er Weil wir sind massig unterlevelt Sicher, warte, warte mal, neun Level und mit Bu sogar zehn Ähm Ja das wird lustig Hä? Wie hat er das? Ja 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 Was? Ich hab den perfekt geprügelt Auf Wiedersehen Bu Definitiv Ich weiß nicht wie ich das geschafft habe aber Der ist weg Der ist auf Nimmerwiedersehen verschwunden Ne Und wir sind full Live Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so einfach geht Ich hätte jetzt gedacht Der zerlegt uns nach Strich und Faden Ja Nachdem wir den so easy gekillt haben Ja wir haben noch fünf Züge übrig So Ja gut Sind nur die zwei Ha! Ist ja easy Ja Na Na bitte Fangen wir direkt damit an Oh Oh Gut pariert Zu Anfang Auf Wiedersehen Das du gewechselt bist Hat dich nicht gerade nach vorne gebracht Ach Na So Na Sorry Danke Ja es ist ultra ungefähr Also im Multiplayer werde ich da niemand freu- Also surmende Freude haben Weil Weil man kann einfach, ja, guckt euch das an, Charakter wechseln und Ultra-Kombos reinpflügen und naja. Was zum Geier war das denn? Genau. So, und jetzt auf zu Zell. Jetzt bin ich gespannt. Und dann ist auch schon die heutige Folge wieder zu Ende. Wir hatten coole Battles. Hätte jetzt nicht gedacht, dass wir dem Kollegen so einfach in die Tonne treten. Denn gut. Level 13. Aber gut. Hey. Wir sind eben im Cluster, würde ich sagen. Mich hat der Damage hier verwundert. Aber gut. Wenn die so einen Scheiß machen, dann tut es mir leid. Dann, äh, ist das Game für mich gelaufen, ne. Für, äh, also in dieser Hinsicht. So. Ja, die geben gar keine Gegenwehr. Ja, ich weiß. Ich gebe dir den Counter, ne. So. Das ist mal so. Und dann wechsle ich aus. Ich wollte richtig aus wechslen. Wie du wirklich auf Drachpul stehst. Wow. 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 Also Ruhe ist schon ganz schön heftig. Willst du mich verarschen? Der hat mich fast totgepügelt, Mann. Und das nur mit seinem Scheiß-Counter-Move. Mann, war das jetzt nervig. Aber gut. Wir haben die Stage-A-Man gecleared. Hm. Gut. Kann man so stehen lassen. Super Ria, Story Kapitel 5. Piccolo lebt wieder. Findet sie 16. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Ich würde es nicht nutzen, aber... Warum? Ich würde mich nicht verlieren! Das war's nicht so, was ich? Für mich... Ich habe mich von Ihnen verletzten, von weitem zu sehen. Ich habe mich nicht verletzt, Das war's für mich. Ja, das ist die Oka-Sina-Po-Zo-Ton-Lenschein-Ko-Tou-Ko-Tou-Ko-Ko? Ja, genau, Giniu-Toksen-Tei Toi-Mas Hohschke-Ari-Masen-Ka? Quasi, die ich mir verwendet habe, wird es sage, dass dieser Information einkriegte Schöne ertragen. Was? Wer soll die Besucher in meiner Neu-Ko-Ko-Ko-Ko-Ko? Tja, und das war's für die heutige Folge, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Wenn es dann wieder hier in Kapitel 5, Karte 6 weitergeht. Und ja, der Hauptboss wird wer sein? Der da. Bosskampf. Und das andere ist einfach nur Gedöns, was gemacht werden muss. Genau. Ich glaube, ich geh zuerst mal hier lang, dann geh ich so hinten durch. Und dann, so. Na. Das wird auf jeden Fall lustig. Bis zum nächsten Mal, Tüdle.